Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich mir, fange ich mal eine meiner Serien an, wo ich euch meine Sims 3 Cosm-Content-Sachen zeige und in dem heutigen Video zeige ich euch einfach mal alle meine Haare. Ich kann euch leider nicht genau immer sagen, von welchem Creator die sind. Wenn es auf dem Thumbnail draufsteht oder ich das genau weiß, sage ich euch das dazu. Ja, sonst müsst ihr euch halt einfach mal ein bisschen durchklicken bei Sims Resource oder Tumblr. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß. Ich liebe Cosm-Content-Haare. Ich benutze eigentlich so gut wie gar keine EA-Haare mehr. Also manche finde ich ganz cool. Also ich finde die Sims 3 Haare schöner als die von Sims 4 von EA. Aber trotzdem benutze ich am liebsten die Cosm-Content-Sachen. Und präsentieren tut euch die Haare. Dieses wunderschöne Mädel, die habe ich gerade mal ganz schnell erstellt. Das ist Nina namenlos. LOL. Und sie trägt jetzt gerade noch eine EA-Frisur. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal direkt die erste Frisur. Und zwar ist das diese von Casey. Finde ich sehr, sehr hübsch. Steht auch so gut wie fast jedem Sim. Steht ein wenig ab, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Und wenn man die Brüste ein bisschen größer macht, dann sieht man das kaum noch. Und die habe ich früher sehr, sehr gerne benutzt. Aber ja, ihr stehen die wirklich fantastisch. Also würde ich jetzt mit ihr spielen, würde ich glaube ich diese Haare benutzen. Sieht richtig, richtig cool aus. Dann geht es weiter. Das ist auch von Casey. Eine Frisur. Finde ich auch richtig schön. So ziemlich klassisch. Und ich finde, die ist auch sehr für etwas ältere Sims geeignet. Und ich könnte mir sie auch gut bei Senioren vorstellen. Weil, ja, sieht eben sehr klassisch aus. Und ich finde, sehr erwachsen. Also sie ist ja jetzt hier ein junger Erwachsene. Und ich finde, das macht irgendwie älter. Dann habe ich noch diese Casey-Frisur. Mag ich nicht an jedem Sim. An ihr sieht es jetzt ganz gut aus. Aber, ja, hat hier hinten so einen kleinen Dutt. Finde ich ganz niedlich. Eben auch von Casey. Dann kommt eine Frisur. Ich meine, das wäre auch Casey, aber ich weiß es nicht. Da habe ich zwei Versionen. Einmal habe ich eine Version, wo hier so eine kleine geflochtene Strähne vorne ist. Und dann noch eine Version ohne diese geflochtene Strähne. Das ist einfach ein ganz normaler Pony vorne. Die Haare mache ich auch sehr, sehr gerne. Steht aber leider auch nicht jedem Sim. Aber diesen Model habe ich echt gut ausgewählt. Weil hier steht bis jetzt alles. Dann schauen wir mal weiter, was ich noch so habe. Dann habe ich noch diese Haare von New C. Das war die Frisur von Hayley. Von Hayley Harris. Von ganz, ganz, ganz am Anfang. Das war eines der ersten Sachen an Costume-Content, die ich hatte. Ja, finde ich auch immer noch super schön. Finde ich cooler für so etwas jüngere Leute. Also bei Erwachsenen oder Senioren würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen. Aber so finde ich, sieht das einfach mega, mega cool aus. Und ich hatte mich damals direkt in die Frisur verliebt und wusste, Hayley Harris bekommt diese Haare. Dann habe ich noch diesen Dutt. Der ist von Julie Capo. Aber ich weiß nicht, ob das ein Retexture ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber könnt ihr einfach reingeben, dann findet ihr das schon. Seht ihr ja. Julie, also J-U-L-Y-K-A-P-O. Dann habe ich noch diese Frisur. Die ist, glaube ich, von Sky Sims, wenn ich das richtig erkenne an dem Schriftzeichen. Müsste eigentlich. Die finde ich auch richtig, richtig cool. Die mag ich voll gerne für Mütter. Also wenn die Kinder bekommen haben und dann so ein bisschen erwachsener aussehen müssen, dann benutze ich gerne diese Frisur. Finde ich richtig, richtig cool. Vor allem sieht man das auch nicht so, dass sie ein bisschen absteht. Also es fällt nicht so auf, finde ich. Ja, voll schön einfach. Dann noch ein schöner Dutt mit ein bisschen Haaren hier vorne. Weil ich mag das nicht immer, wenn das so ganz streng nach hinten ist. Ja, gefällt mir auch super, super gut. Dann habe ich noch ein Retexture. Ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, von wem das Original ist. Das ist jetzt ein Retexture von Chasey. Also ich meine, es wäre ein Retexture gewesen. Aber ich bin mir echt unsicher. Aber ihr könnt es ja einfach eingeben. Also C-H-A-Z-Y. Die gefällt mir richtig gut. Gut, ich glaube, hat Elissa die nicht? Nee, ich wollte Elissa die geben. Myrthe hatte die als Kind. Genau. Myrthe hatte diese Frisur. Ja, die finde ich auch richtig süß. Steht, wie gesagt, auch nicht jedem. Aber unser Model hier natürlich mal wieder sehr, sehr schön. Also das sieht wirklich gut aus. Dann habe ich noch diese Haare auch von Casey mal wieder. Da habe ich auch zwei Versionen. Die Frisur hatte auch schon immer irgendwer. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Ich glaube, Ivy hatte das als Kind oder so. Ja, das ist eben die Version mit der Schleife hinten. Und dann gibt es noch eine Version. Und ich schleife das dann eben einfach so ein kleiner Dutt. Ich mag die persönlich mit Schleife mehr. Aber das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Dann die Frisur, die Elissa und Myrthe hatte ja auch, glaube ich, haben. Da habe ich auch zwei Versionen. Einmal kann man den Pony verändern, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Und dann auf, ich glaube, Spitzen. Ja, dann kann ich hier vorne den Pony verändern. Und das finde ich halt ganz cool. Das hat Elissa ja. Elissa hat ja einen lilanen Pony. Und hier bei der Version, ups, was habe ich jetzt gemacht? Bei dieser Version geht das eben nicht. Oh, die Frisur ist echt schön. Bei der Version geht das nicht. Da kann man dann eben ganz normal nur die Spitzen verändern. So, dann geht es weiter. Auch mit Sky Sims, meine ich. Ist das Sky Sims oder steht da Shy? Ich weiß es echt nicht. Es tut mir wirklich sehr leid. Gut, die Frisur mag ich normalerweise gar nicht, weil ich das ein bisschen zu viel hier oben finde. Wieder mal steht es diesem Sim sehr, sehr gut. Aber sonst sieht das einfach irgendwie immer komisch aus. Hinten ist dann halt noch so ein Dutt. Ja, ist eigentlich gut geeignet für das Einfach-Tiere-Schletsplay, finde ich. Sieht so ein bisschen Bauernmädchen aus. Nach Bauernmädchen. Ich glaube, man nennt das ja auch Milkmaid Braid oder so. Oh, habe ich jetzt den... Oh. Okay. Ich glaube, das ist nicht Sky, sondern das heißt Chai. Weil hier habe ich die Frisur nämlich nochmal. Ach, egal. Dann habe ich noch diesen Dutt hier. So einen richtig fetten Bun einfach auf dem Kopf. Finde ich mittlerweile auch nicht mehr so schön. Benutze ich eigentlich auch nicht mehr. Aber manchmal so als Schlaffrisur oder so ist das ganz cool. Dann habe ich nochmal diesen Dutt. Ich glaube, das ist doch der gleiche, oder? Nee, doch nicht. Ist gar nicht der gleiche. Okay, hier sind nämlich so hier unten so Färden. So trage ich meinen Dutt übrigens immer. Also ich ziehe unten immer was raus, weil ich mag das nicht, wenn das so streng nach hinten ist. Dann habe ich noch diese süßen Zöpfe. Finde ich auch richtig, richtig niedlich. Die sind von Anubis 360. Aber ich glaube, das ist ein Retexture gewesen von irgendeinem Creator. Ich weiß aber nicht genau von welchem, aber geht einfach mal bei Anubis auf die Seite. Anubis Under the Sun heißt er, glaube ich. Ja, finde ich auch richtig, richtig niedlich. Und ist, wie gesagt, auch für das einfach tierisch Let's Play ganz cool. Dann habe ich noch so einen Dutt mit einem Pony. Auch sehr, sehr süß. Sehr hübsch. Dann habe ich diese Frisur. Die mag ich eigentlich gar nicht. Aber ich finde sie in meinem Mods-Ordner nicht mehr wieder. Deswegen, ja, ist sie jetzt leider noch in meinem Spiel drin. Aber ist auf jeden Fall von Jay-Z, wenn euch das interessiert und ihr die schön findet. Dann habe ich noch diesen wunderschönen Zopf von Julie Capo. Ich glaube, das ist die erste Frisur, die mir nicht so gut an ihr gefällt. Den Zopf trägt Julia in meinem einfach tierisch Let's Play. Ja, das ist einfach ein ganz hoher Zopf nach hinten. Finde ich als Sportfrisur immer ganz cool. Benutze ich sehr häufig. Dann habe ich eine Frisur, die ist, das müsste ein Stealthic Retexture sein. Also, Stealthic macht ja eigentlich nur Frisuren für Sims 4. Und ich meine, das wäre ein Retexture. Sieht man leider auch hier unten ein bisschen. Also, ist ein bisschen unsauber gearbeitet. Aber mich steht das eigentlich nicht so. Benutze ich nicht so mega häufig. Aber ich glaube, Julie hat die als Abendkleidung Frisur. Dann habe ich eine... Oh, ne, hier ist auch noch eins. Das ist von AD, glaube ich, heißen die auf Sims Resource. A-D-E einfach. Ähm, steht ihr jetzt nicht unbedingt so gut. Aber bei manchen Sims sieht das ganz cool aus. Außer der Scheitel. Den finde ich ein bisschen komischer. Sieht so aus, wenn da jemand ganz viele Haare rausgerissen hätte. Aber das ist einfach dann nur ein bisschen Pingeligkeit von mir. Dann habe ich noch diese wunderschöne Frisur von Julie Capo. Finde ich auch richtig cool. Das sieht einfach so wild aus. Ja, gefällt mir sehr gut. Irgendwer hatte diese Frisur auch schon mal. Weiß ich aber auch nicht mehr, wer. Ja, diese Frisur habe ich neu. Die habe ich heute erst geladen von Nightcrawler. Finde ich richtig schön. Also ich trage ja normalerweise bei meinen... Also ich mache bei meinen Sims normalerweise nicht so viele kurze Frisuren. Aber die finde ich echt mega, mega schön. Die ist echt gut geworden. Ähm, dann habe ich noch diese Frisur. Ich glaube, die ist von Nightcrawler. Ist auf jeden Fall auch ein Retexture. Das sieht man ja am Bild. Von dem gleichen Creator, der das hier gemacht hat. Ähm, ja. Finde ich auch richtig cool. Hatte Ivy als Teenager. Dann noch eine Frisur von A.D. Seht ihr das hier geschrieben? A.D.E. Finde ich auch super süß. Also mit so einem Pony. Ähm, ich stehe jetzt nicht unbedingt so auf gerade Ponys. Aber wenn ich das mal brauche, dann würde ich diese Frisur wählen. Weil eigentlich sieht es richtig, richtig schön aus. Dann habe ich noch eine Frisur von Nightcrawler. Das ist, glaube ich, die Ariana Grande Frisur. Die sind halt zu so einem Dutt gebunden. Die steht echt super wenig in Sims. Ich finde, bei ihr sieht es jetzt auch nicht so gut aus. Müsst ihr dann einfach mal ausprobieren, ob euren Sims da steht oder nicht. Aber so generell finde ich die Frisur sehr, sehr hübsch. Dann habe ich noch diese Frisur. Mag ich auch total gerne. Vor allem, wenn man die Spitzen auch einzeln verändern kann. Steht ziemlich, ziemlich ab. Ihr seht das ja. Ja, aber da muss man sich dann halt auch einfach mit anfreunden können. Ich weiß leider nicht, woher die Haare hier alle sind. Das tut mir echt leid. Aber das müsste ja... Ah, das ist Julie Capo gewesen. Und das ist halt wieder der gleiche Creator wie dieser hier. Ähm, die Frisur verwende ich aber auch nicht so häufig, weil ich das nicht mag, dass das hier so über das Auge geht. Aber ja, das ist dann halt auch nur Geschmackssache. Dann habe ich noch diese Frisur. Die gibt es eigentlich auch nur für Sims 4. Das ist ein Retexture. Das seht ihr genau hier dran. Da habe ich wieder das gleiche Problem. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt und finde sie in meinem Mords-Folder-Ordner nicht. Sonst würde ich sie halt löschen. Aber von vorne sieht sie echt schön aus. Aber von der Seite geht das echt gar nicht. Also ich habe sie noch nicht einmal benutzt. Sehr, sehr schade, aber kann man leider nichts machen. Dann habe ich noch so eine schöne Hochsteckfrisur. Die mag ich auch gerne und benutze ich sehr häufig. Ich muss jetzt ein bisschen Hinne machen, weil ich schon so lange gelabert habe. Diese Wellenfrisur benutze ich eigentlich auch relativ häufig. Finde ich auch sehr schön. Muss man dann gucken mit der Gesichtsform, dass es nicht zu schmal und nicht zu breit ist. Und ich sehe gerade, das war doch nicht die Frisur, die ich heute geladen habe, sondern diese Frisur war das, die ich heute geladen habe. Oder? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ist das auch von Nightcrawler und die finde ich auch richtig schön. Also auch eine richtig schöne kurze Frisur. Dann wieder von dem gleichen Creator wie hier oben eine Frisur. Die mag ich echt mega gerne. Die benutze ich auch sehr, 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 sehr häufig. Also ich müsste die eigentlich auch schon mal in einem Let's Play benutzt haben. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich... Doch, Gabby bei meinem einfach wildes Studentenleben. Im Let's Play hat die, also die Gabby, die mit der Zoe so ein bisschen befreundet ist. Dann noch eine Nightcrawler-Frisur. Die finde ich auch richtig cool. Die ist hier oben halt hier hinten einfach zusammengesteckt. Die Frisur würde ich so in meinem Alltag tragen, außer, dass ich meinen Schädel immer hier trage. Also ich trage das tatsächlich immer so. Ähm, ja, finde ich sehr hübsch. Dann wieder eine Frisur von... Ah, weiß ich nicht. Die habe ich letztens irgendwo auf Tumblr gefunden. Ähm, dazu habe ich leider keinen Creator, aber die finde ich mega schön. Die gefällt mir so gut. Das erinnert mich ein bisschen an das alte Sims-Custom-Content, weil früher wurde mal alles so super wellig und lang gestaltet. Und heute ist das eher so ein bisschen glatter und glänzender und keine Ahnung. Aber die Frisur gefällt mir echt richtig, richtig gut. Ich kann euch leider, wie gesagt, keinen Creator dazu sagen. Tut mir sehr leid. Dann noch eine Nightcrawler-Frisur. Die ist echt ein richtiger Klassiker. Ich glaube, die hat fast jeder in seinem Spiel, weil die steht einfach jedem Sim und die sieht einfach super gut aus. Äh, ich glaube, Hailey hatte sie auch schon, weiß ich auch nicht mehr genau. So, dann noch eine Frisur. Ich meine, das wäre ein Retexture von Nightcrawler gewesen. Also, nicht von Nightcrawler gemacht, sondern von einer Frisur von Nightcrawler nachgemacht. Aber ich bin nicht mehr sicher. Finde ich auf jeden Fall auch super cool. Also, sieht einfach mega schön aus. Ähm, habe ich hier noch was? Ja, dann habe ich hier unten noch so einen Zopf. Da habe ich wieder das gleiche Problem mit dem Abstehenden. Benutze ich echt nicht in meinem Spiel, aber ich weiß halt nicht, wie sie heißt. So, dann zeige ich euch noch eben die Sachen mit den Hüten. Da habe ich nämlich auch noch ein paar, aber dazu muss ich das kurz laden lassen. Ich glaube, das dauert nämlich eine Weile. So. Ähm, dann schauen wir mal. Das ist alles aus dem Spiel. Ich glaube, hier habe ich auch noch so zwei, drei Frisuren. Aber sehr schöne Frisuren, deswegen werde ich sie euch auch noch zeigen. Aber ich glaube, da war sie auch nicht mehr die Creator von. Moment. Hier habe ich einmal diese Frisur. Die benutze ich sehr häufig. Die hat Julie nämlich, zum Beispiel. Äh, Zoe hat sie auch. Glaube ich. Ja. Bin ich richtig cool. Habe ich leider keinen Creator-Namen zu. Dann habe ich noch diese Frisur. Die trägt Julie jetzt. Stimmt. Einmal mit einer Schleife oben gibt es die. Die Schleife kann man auch verändern. Also ich kann die Schleife jetzt auch blau machen, wenn ich sie blau haben wollte oder weiß. Kann man machen, wie man möchte. Oder man nimmt die Frisur eben. Oh, jetzt muss ich noch mal runter scrollen. Oder man nimmt die Frisur. Ohne Schleife. Dann sieht es so aus. So hat Julie sie nämlich. Finde ich richtig, richtig schön. Habe ich auch super häufig schon in meinen Let's Plays verwendet. Und dann habe ich noch sowas cooles hier von Nightcrawler ist das, glaube ich. Das sind einfach zwei verschiedene Versionen. Einmal mit, ähm, Muster auf dem Bandana und einmal ohne. Finde ich super cool. Ich hatte noch keinen Sim, dem das so mega gut steht. Außer ihr jetzt. Ich werde wahrscheinlich die Frisur auch mal nehmen, weil ich habe sie noch nicht benutzt und ich finde es eigentlich mega geil. Ähm, ja. Finde ich jetzt mal was völlig anderes. Und, ähm, ja. Einfach, einfach cool. Und ich glaube, das war es an meinen Costum-Content-Hahn. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne in die Kommentare oder falls ihr irgendwelche Creator-Namen nicht richtig verstanden habt, ähm, dann schreibt mir einfach die Minutenzahl von der Frisur dahin. Dann versuche ich, das zu beantworten. Und, äh, ja. Dann würde ich euch viel Spaß beim Costum-Content-Shoppen. Übertreibt es nicht, denn ihr wisst, zu viel Costum-Content ist nicht gut für euer Spiel. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum mein Spiel so einigermaßen gut läuft. Ich habe einfach einen guten Computer. Ähm, da habe ich lange drauf gespart und deswegen läuft das Spiel bei mir so gut. Also, übertreibt es nicht und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.